Willkommen zurück auf meinem Kanal. Zum Belgien Grand Prix am nächsten Wochenende wird Renault mit neuen Teilen anreisen. Dabei handelt es sich um einen neuen Unterboden und diverse Teile für das Chassis. Sie müssen mehr Performance an ihr Auto bringen, um den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM noch zu halten. Aktuell liegen die Franzosen mit 82 Punkten auf besagten vierten Platz, vor Haas mit 66 Punkten und vor India mit 59 Punkten. Der Großteil an Finanzen geht zwar schon auf das 2019er Auto, aber man wolle das aktuelle Auto dennoch weiterentwickeln. In den nächsten Rennen wird das französische Werksteam Teile für die 2019er Saison testen. Meinungen zu Renault und deren Entwicklungsarbeit in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema. Jean-Éric Verne hat angeblich ein Stammcockpit-Angebot aus der Formel 1 bekommen. Um welches Team es sich dabei handelt, verrät er aber nicht. Nach dem Sieg in der LNP2-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans sowie dem Titel in der Formel E wurde er von einem Team angesprochen. Es gibt nicht viele Teams, die in Frage kämen. Bei Williams ist Lance Stroll auf dem Sprung zu Force India, wo sein Vater vor kurzem den Rennstall gekauft hat. Bei Toro Rosto wird Gasly wohl zu Red Bull gehen. Allerdings sind zwei Teams außen vor, nämlich Sauber und Haas, wo man aller Voraussicht nach Ferrari-Nachwuchspiloten eher bevorzugt. Er betont aber auch, dass er in der Formel E und in der WEC glücklich sei, aber eine zweite Chance in der Formel 1 würde er in Betracht ziehen. Was haltet ihr von Wern und einem möglichen Wiedersehen in der Formel 1? Bei welchem Team könnte er wohl an den Start gehen? Meinungen dazu in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Hat's euch gefallen? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen News-Video. Ciao!